Hallo Leute, Willkommen zurück zu Head Blender. Mein Controller ist gerade ausgegangen. So, und jetzt möchte ich da hin. Hier kam ich nicht weiter, weil da ist da eine Roboter kaputt gegangen. Oh, hi! Geh weg! Okay. Ja. So, und zwar hier. Wir können das irgendwie zum Explodieren bringen. X gedrückt halten. Aber da passiert nichts. Okay, was gab's noch? Ja, nicht Objekte trage. Ah, okay, verstehe. So, die Frage. Ah, wir gehen die hoch. Ach, auf Gegner geht das nur. Okay, das habe ich gerade probiert. Das funktionierte nicht. Automatisches Geschütz. Ah, okay, ich verstehe, was das ist. Laser aufladen. Massiver Schaden. Polo-Kristall. Bis dir die Energie ausgeht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir da hinten reinkommen. Das ist schade. Oder es ist so, wir kommen da gar nicht rein. Wir kommen da nur wieder raus. Oh, nein, da komme ich nicht. Nein, wo habe ich den denn herbekommen? Da komme ich nicht rein mit dem. Hier war doch lila, oder? Da war doch gerade lila. So, weg. Habe ich kaputt gemacht. Warte. Vielleicht, wenn ich mich andocke. Ne, dann kommt er auch nicht wieder. Das ist ja blöd, warte. Oder habe ich den da oben her? In dem Raum könnte es auch lila geben. Oh, ja, genau. Egal, dann ist alles auf Reset. Kann ja zurückgehen. Schneller, bitte. Okay. Macht das schon wieder so eine Rolle, ne? Nein! Wieso macht der Vollhonk immer so eine blöde Rolle? Guck mal, es sind mehr hier drin. Gäb mir deinen Kopf. Da. Nee, da bin ich ja nicht rein. Oh. Haha. Boah. Und? Tschüss. Nein, das war nur eins zu tief. Oh, jetzt bin ich wieder kaputt, oder? Schwein gehabt. Oh, diese... Er soll die Rolle nicht machen. Müssen wir uns erstmal Ruhe verschaffen, hier. Genau. Oh, nein. Woo. War knapp. Oh, mein Gott. Oh, nein. So, das hätten wir. Da ist noch einer. Komm, ab. Oh, da kann man gut ausweichen, hier. Aber es ist auch sehr... verwirrend. Okay. So. Geh mal hoch. Tschüss. Ah, warte. Du bleibst mir vom Leib. Da oben ist noch ein Krio-Lager und hier ist auch noch was. Ah, guck mal. Habe ich den nicht gemacht, beim letzten Mal. Anscheinend nicht. Bounce. 12 von 15. Ja. Ja. Machen wir das so. Was ist ja doch cool aus dem Hintergrund da. Jo. Krio-Lager. 2. 2. 2. 2. 2. 8. Boah, krass. Was ist das denn? Winters, das ist meine menschliche. Okay. Ich sehe echt gut aus. 2. 2. 3. 4. Wer ist das? Wer ist das? So. Landezone Mondoberfläche. Erstmal gibt es hier noch was. Boah, das war weit. Juhu. Mehr kann ich hier nicht machen, ne? Oh, ja, geil. Da komme ich unten rein. Ich habe jetzt schon angefangen zu rätseln. Wie soll ich denn da hinkommen? Sind die Feinde wieder hier? Leute, hier ist jetzt auch die Lila. Da brauche ich den da oben ja gar nicht. So, ich bin nicht gespannt, ob wir hier zurückkommen. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ah, guck. Schön. Ich finde es immer so nice, wenn ich ein Rätsel gelöst habe. Mittelstrecken-Teleporter. Wo könnten wir denn mal hin? Der hat doch gar keine Verbindung aufgebaut. Landezone? Soll ich da hingehen? Ja, komm. Ich muss mich mit Earl treffen. Ach, guck. Das ist ja... Ah, das ist ein anderer. Nice, Wong. Oh. Elektronische Rettungslogik. Ja, das ist mir jetzt auch klar. Das wirst du auch tun. Kommt noch was? Nein. Haha. Wenn man die wenigstens schon mal alle hätte, ne? Das war was anderes jetzt. Das war Helm Gesundheit. Das finde ich schon nice. Oh. Ah, krass. Der geht doch hoch. Aber an der Wand hat es nichts geholfen. Da wissen wir ja jetzt, wie es zu lösen war. Ich bin draußen. Boah, krass. Guck mal, da oben. Da ist diese Basis am Himmel in der Mitte. Ja. Passt. Hätte auch schief gehen können. Ich frage mich nur, welcher. Das ist optional. Amt neun. Und das ist Hauptstory. Soll ich jetzt zurückgehen? Ganz ehrlich. Ich gehe zurück. Wir machen erstmal dieses Optionale fertig. Auf jeden Fall. Weil wenn ich jetzt weitergehe, kann es sein, ich habe da nicht mehr alle... Hä? Ist da oben was? Oh, hier ist Decke. Unsichtbar. Irgendwo ist hier so ein Teil. Guck. Ach, das ist die Minimap. Unter mir. Können wir denn da ran... Ah, Leute. Ich weiß wie... Halt. Warte. Der läuft ja immer weiter. So, jetzt. Geil. Hätte ich jetzt fast verpasst. Boah, den hätte ich im Leben nicht gefunden, wenn ich den jetzt nicht gesehen hätte. Guck mal weiter, ob er noch mehr ist. Sieht nicht so aus. Oh, meine Vorsicht. Ja, es wird aber... Von der Steuerung... Man kommt... Nach der Zeit echt gut rein. Wird immer besser. Nur, dass das Spiel bald vorbei sein wird, nehme ich an. Ja, ja, könnte ich auch machen. Lauf, Forrest. Lauf. Ach so, warte mal. Hier nochmal gucken. Woo, Feuerwerk. Ich kann hier auch nur zum Mond. Zurück. Wir waren hier nämlich bei weitem noch nicht fertig, denn... Oder? Auf jeden Fall hier oben... Müssen wir noch hin. Und dann... Hier waren ja... Ach, das waren die Nebenquests. Da müssen wir eigentlich rein und die Körper noch holen. Und dann hier unten. Wie kann man da rein? Und... Hä? Da gab es noch zwei Kammern. Ich übersehe hier so viel. Hör auf damit! Ja, ich geh mal. Hä? Das war doch nicht... Das ist doch Lila. Wieso komm ich da rein? Also manchmal... Da weiß ich auch nicht. Noch ein Kiefer. Guck, da ist auch so eine Wand. Aber da kann ich mich aufmachen. Da muss es doch irgendwie gehen. Und hier so ein schwarzer... Zerstrich. Warum? Ach, da war ich auch noch nicht drin. Nooil! Warte mal. Ich probiere mal was. Na ja, das hat mal gar nichts gebracht. Vor allem, ich habe den Helmschub immer weiter erhöht. Und trotzdem dauert es immer länger, die Köpfe abzuziehen. Aber das war es mal für heute. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und haut drin. Bis dahin. Tschüss! Was auch immer nichts passiert. auf was mir le پanna прям turbulent ist. Wenn du dich einschtgerinn estado mit Belgium WILL hil�! Selbstverständlich käbat.